Die Kuh ist ein bisschen gefährlicher, nicht wahr? Ich bin ein bisschen gefährlicher, nicht wahr? Ich bin ein bisschen gefährlicher, nicht wahr? Es ist zu gefährlich. Du kannst sie raus. Hast du gehört? Sie ist zu gefährlich für dich hier. Na okay, mach gut. Tschüss. Sagst du Bescheid, wenn du tot bist? Hm? Okay. Afka. Nee, was will die denn hinter mir? Er soll abhauen. Dope Q, ey. Jetzt riecht er wieder ein. Baf. Ahaha. Gehen. 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 Das ist sogar ganz gut. Und wenn die mich angreift, den Blutungs-Stack kann ich direkt auf die alte selber übertragen, das ist ganz praktisch. Drei, zwei, eins. Ah ne, die enttarnt sich, glaube ich, ne? Hallo? Hallo? Eh, wo ist hier Adele? Achterhin. Hat sie mir nicht verliebt, oder? Oh! Ah, ist das? Oh! Ich bin nicht sicher, oder? Was ist das? Oh! 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 Ja, One-Hit, wie tatsächlich, Mann. Habe ich. Geht doch nicht, ey.